Sie wissen, warum Sie hier sind und was passiert ist? Es ist Sonntag, Birgit. Geh mal in die Luft. Heute ist Montag. Ist nicht dein Ernst. Lola? Ich glaub, dass ich halluziniere. Lola? Ich hab nur eine Schwester. Warum hast du dann gesagt, du bist weise und allein? Was willst du eigentlich von mir? I von dir? Für überhaupt nichts. Ich bin für dich verantwortlich. Ich kann dich sehen. Du verkaufst deine Seele für die Kohle! Alle anderen hier sind dir doch scheißegal! Ich gehe und sage, wie es ist, dass du mich gelingt hast. Sonst mach ich's. Mann, bist du paranoid. Wo bist du? Hinter dir. Sonst mach ich's. Untertitelung des ZDF, 2020